hallo und einen wunderschönen herzlich willkommen wieder zurück auf meinem kanal also hier auf twitch auf dribble könig nick und auf youtube daneben auf meinen kanal nicky lp hier sind wir in der allianz arena und wir sind ins halbfinale noch gerade so gekommen und robert lewandorf geht dritter bei top torjäger mit raure jetzt will ich nicht so viel labern und labern labern wir beginnen jetzt direkt das erste spiel also ich beginne jetzt direkt das halbfinale gegen einer saa wir sind heim in der wunderschönen allianz arena nein das ist irgendwas weiß ich nicht weiß so aber jetzt genug labert und bla 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 wir legen mit dem spiel los ferien machen wahrscheinlich erst mal kein video nix woche vielleicht samstag und so oder so liebläblä bam weggegrätscht bam weggegrätscht bam weggebumst ich habe die falsche straße gedrückt oh mama mia so die übungen überspringen jetzt auch und hier sind wir im halbfinale hier sieht der stadion also ich hoffe natürlich auf gutes spiel es kann doch nicht alles funktionieren das geht nicht dieser fahrt die andere haben anstoß wir sehen wie die ausstellung von dem fc bayern und der fb kommt sehr schwierig in die partie und dann ist die erste möglichkeit für den gegner die flanke jetzt kommt philipp blam überall robert und der erste viel passiert durch den fc bayern münchen das gibt es ja wohl nicht so droben hat sich die ball zurückgeholt zu alaba jetzt kommt der fc bayern über alaba jetzt kommt der fc b über müller noch mal zu alaba alaba rennt alaba alaba flag dort das werdet das schon gemacht vom torwart ich wollte schon sagen das erste tor naja alonso führt den eckball aus und der ball kommt gut nicht gut er geht hier auf nummer sicher und klärt er geht hier auf nummer sicher und klärt oh oh und jetzt kommt der fc bayern über robert die steifers und der fall kommt nicht durch der fc bayern wird immer stärker für minute für minute jetzt nur noch der fc bayern mit den ganzen torchancen fc bayern wieder mit flanken auf robert lewandowski lewandowski platte paar sekunden später hat der fc bayern wieder die ball und die zweite torchancen fach drin der ball geht knapp am tor vorbei und der fc b kommt wieder in die partie rein geht über thomas müller thomas müller verliert den ball und er auf robert lewandowski und der torwart klärt man hast dich jetzt kommt der eckball wieder sicherheit habe er noch für diesmal keine gefahr für den gegner in ihrem strafraum aber jetzt kommt der fc bayern nicht mehr ja das war ein faul und der schiere fall geht ab und das ist die torchan für den gegner und der ball gibt einen latte und neu erklärt ecke durch keine ahnung und klasse geklärt von jerome bohrtheng und da ist die nächste torschung jetzt der fc bayern wieder über philipp lahm der heute in der abwehr steht über aren robben jetzt kommt die nächste torschung für den fc bayern wahrscheinlich und müller müller immer noch müller und der ball wird ihm abgeholt das war keine gute idee von müller der fahrer 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 Jetzt Eckball für den Gegner. Und eine klasse Tor schon für den Gegner. Drei Minuten gibt es Nachspielzeit für den FCB. Also, ja, drei Minuten Nachspielzeit für die ganze Mannschaft. Aber jetzt kommt der FC Bayern wieder über Arjen Robben. Auf Robert Lewandowski. Robert Lewandowski kriegt den Ball noch und er verliert ihn. Jetzt gibt es Halbzeit hier im Halbfinale. Wir wechseln diesmal nicht aus und wir haben jetzt Anstoß. Jetzt kommt der FCB über Robben, Robben. Immer noch Robben, immer noch Robben und nicht mehr Robben. Götze war heute noch kaum am Ball. Vielleicht wechsle ich ihn nachher aus. Jetzt kommt der Gegner wieder. Jetzt strahlt der FCB nicht mehr so viel Gefahr aus. Und das gibt eine klasse Tor schon für den Gegner. Immer noch klasse Tor schon. Hoppla, sorry. Und Neuer hat klasse geklärt. Aber jetzt kommt der FCB wieder. Jetzt haben sie eine Konterchance. Und der FCB kommt über Robert Lewandowski. Immer noch Robert. Jetzt kommt der Robert Lewandowski wieder durch. Und aufs Müller und Tor. Und erneut das Tor, das 2 zu 0 für den FCB. Klasse gemacht. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. Jetzt steht es 2 zu 0. 2 zu 0. Jetzt muss ich den Ruhe geben. Hoppla, der hat mich fast weggefickt. Und Alonso. Oh Mann. Und jetzt kommt der FCB wieder über Xabi Alonso. Der Gegner strahlt nicht mehr so große Gefahr aus. Und jetzt kommt Thomas Müller und der kommt nicht mehr dran. Oder doch, der kommt noch dran. Und jetzt der Ball auf Robert Lewandowski. Immer noch Robert. Und Robert Lewandowski verliert den Ball. Nicht zweitkampfstark der Robert. Und jetzt kommt der FCB wieder über Müller auf. Flanke auf Robben. Verrücktes Finale heute. Äh, Halbfinale. Warum denke ich immer an Finale? Aber jetzt kommt der Gegner wieder. Und vorbei an Boateng. Vorbei an Boateng. Und er räumt den runter. Und es gibt Freistoß für den Gegner. Und es gibt für Boateng die gelbe Karte. Schade. Freistoß für den Gegner. Ja, ich bin mal Torwart jetzt. Ah, Torwart. Naja, ich bin trotzdem gesprungen. Hatte gerade Bock. Jawohl. Ball fängt ja auch noch die Bundesliga an. Und jetzt ist ein Steilpass auf Robert Lewandowski. Torwart muss raus. Hätte ich jetzt den Ball direkt abgezogen. Und jetzt kommt der Gegner wieder. Und Neuer muss raus. Und Neuer geht raus. Und hat den Ball ganz gut gehalten. Aber jetzt kommt der Ball wieder auf zu Robert. Nicht mehr zu Robert. Aber das geht dann wieder schon wieder verloren. Weil das ist ein Penner, ey. Und jetzt hat Jerome Boateng wieder den Ball auf Robert Lewandowski. Und das geht ja mal kommen. Nicht bei Robert. Aber jetzt. Götze. Auf Müller. Müller. Ich hätte gerne, dass der wäre noch weit vorne dran. Naja. Wie macht denn der da? Hoppla. Höher. So. Aber jetzt kommt der Ball auf Rogen. Müller. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Und Götze. Komma erklärt. Ganz einverstanden. Gut. Bei der Bundesliga machen wir wahrscheinlich den Kommentator aus. Da bin ich Kommentator. Und Philipp Lahm auf. Müller auf. Und legt auf auf Robert Lewandowski. Kommt vorbei. Und kommt nicht mehr vorbei. Sehr schade. Und da kommt der Gegner wieder Lahm. Versucht zu kretschen. Und Neuer muss klären. Kommt der Ball wieder zu Robert Lewandowski. Der ist einfach überall zu finden. Und der geht am Gegenspieler vorbei. Vorbei. Und zieht ab. Und Tor. Oh, doch kein Tor. Ja, daneben ist auch vorbei, ne? Oh, ist der Ender verletzt. Ist ja auch Pech gehabt. Mir ist scheißegal. Und Klasse geklärt von Müller, glaube ich. Und der FC Bayern hat wieder den Ball und verliert ihn auch genauso schnell. Weil der FCB strahlt nicht mehr allzu große Gefahr aus. Weil die eh schon 2-0 führen. Und jetzt kommt der Gegner wieder. Und Neuer muss klären. Und das Ende ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich mache auch noch bald Zusammenfassungen. Und wir sehen uns dann im Finale. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020